willkommen zum neuen video von monopoli sie sind zu hause später heute trotzig darüber springen machen geht das zum ersten video wo ich sag wo ich sag nicht wo ich hier nicht übersprungen erfolgreiche menschen schmieden ihr eigenes glück das kostet viel das wird sie manche 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 spielen die manchmal passieren schlimme dinge das weiß man aber Investoren geben niemals auf sie machen ernst würfeln sie sehen wir was die zukunft kein schöner ort für einen besuch aber sie sind sicher die kommen beide drauf sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor sie sind dran sie sind hier sind die Europäer manchmal muss man den Preis bezahlen oder zu sie sind am zu geben sie nicht auf durchhalten ist der das war es auch geworfen das wird sie Denken Sie gut über den nächsten Zug nach. So erbauen wir unser Vermächtnis. Ja, können wir auch grün machen. Ausgezeichnet. Sie gehören zu den Besten. Gut gespielt. So erbauen wir unser Vermächtnis. Viel Glück! Hier kann nichts passieren. Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren. Ja, wenn wir so ein Flieger teuer ist, das kostet 200. Der ist vielleicht auch fast pleite. Sie sind am Zug. So gefällt mir das. Mir gefällt, was Sie daraus gemacht haben. Sie sollten bauen. Aus einem zarten Pflänzchen wächst einst ein Baum. Nächst eins einbauen. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Oh, das war schon wieder aufgestellt. Stipp. Wollte ich da schon drehen. 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 Wollte ich hier schon drehen. Wollte ich inhibieren? Wollte ich nach acht Uhr? Vor vier Stunden. Nach acht Uhr bin ich schlafen gegangen. Wollte ich aufgemacht. Aber sowas hat. Man kann nicht alles machen. Und alles denken. Ja, das war ein guter Buch. reiz sie müssen miete zahlen es wird etwas gutes passieren ich spüre es was für Musik ist es nicht viel Glück sie sind zu Hause sollten sie bauen aus einem zarten pflänzchen wächst einst ein baum mir gefällt ihr stil wenn sie und sehen wir was die zukunft bringt ihre miete ist fällig ja jetzt wird es da draufgesetzt sie sind am zu ich hoffe sie haben glück los würfeln sie manchmal muss man den preis bezahlen naja da holen wir damit würfeln sie und sehen wir was die zukunft bringt man kann nicht vorhersehen was einem passieren wird spielen wir sie müssen den spieler bezahlen viel glück sie hatten mit dem geld sicher etwas anderes vor ja 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 ihr zug beginnt jetzt so lange sie nur zu besuch sind haben sie nichts zu verlieren sie haben eh alle verkackt es wird etwas gutes passieren ich spüre es schlaue investoren geben niemals auf ich liebe diesen stadtteil ich liebe diesen stadtteil diese stadt ist wirklich nett diese stadt sah noch nie so schön aus da ist da ist da ist da ist da ist da ist Sie sind am Zug. Scheiße. Was ist jetzt hier? Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Oh, wir spüren Krotz. Ich muss noch tun. So, es ist ein Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Ja, komm. Noch mal drauf. Sieben, müsst ihr draufkommen. Glück hat. Viel Glück. Was für ein Pech. Ausgezeichnet. So erbauen wir unser Vermächtnis. Ihr Zug beginnt jetzt. Ich hoffe, Sie haben Glück. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Ja, nehmt. Viel Glück. Gut gespielt. Exzellent. Los, würfeln Sie. So schön. Ja. Und nochmal zahlen, danke. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, ich habe das nur momentan draufgesetzt. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. So erbauen wir unser Vermächtnis. Sie sind am Zug. Endlich daheim. Ah, sehr Glück. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Sie sind dran. Sie sollten bauern. Nein. So was kommt. Spielen wir. Er ist gleich tot. Mir gefällt, was Ihnen da was gemacht haben. Das war der nicht mehr reißen können. Das muss noch ein paar Tschiganen. So, zack. Her mit dem Geld. Ihre Miete ist fällig. Jetzt kommt da irgendwo auf die ganze Straße und dann ist aber ein Krott. Oh, nee. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Los, würfeln Sie. Wie haben Sie das gemacht? Wenn ich schon wieder Pause komme, oder wie uns fängt es? Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten Sie bauen. Manchmal passieren schlimme Dinge. Ja, das sage ich doch nicht. Ich glaube, es ist durch niemals auf. Alter Schwede. Aus einem zarten Pflänzchen wächst einst ein Bauch. Los, los, los. Spielen wir! Das Glück ist Ihnen heute! Los, würfeln Sie! Was sagen die Karten? Großartig! Mir gefällt Ihr Stil! Gut gespielt! Ja, das ist eh bankrott, so habe ich hier gewonnen. So gefällt mir das! Ich hoffe es hat wenigstens Spaß dabei, auf bald! Das war schon vier, aber ich weiß gar nicht, warum es dann drei Videos sind. Trotzdem nicht immer weiter drücken, glaube ich. Ja. Ja! Ja. 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 Ja! Ja. 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 Okay, das war's dann mit dem Video.